Applaus So Freunde, nachdem der DS Daniel Hardcore im letzten Video ja so ein bisschen egoistisch seine eigene Show gemacht hat, habe ich mir gedacht, das kann ich auch, wisst ihr ja bereits, er hat in seinem Anteaser erzählt, dass er in dem Livestream natürlich auch ein bisschen erzählen möchte, was lief dieses Jahr, was ist geplant für nächstes Jahr, genau das gleiche möchte ich auch machen, also ein bisschen Nachmacher sein. Ich möchte euch auch gerne erzählen, was ist dieses Jahr bei mir passiert, gerade in Bezug auf das Buch, den Tuning-Ratgeber, die Zusammenarbeit mit dem TÜV, mit dem Verlag, was ist bei Gasolina passiert, was ist geplant für nächstes Jahr, welche Kooperationen gibt es. Wir sind ja auch durch einen dummen Zufall DS, also der Daniel und ich mit Gasolina oder wir mit Gasolina, offizieller Partner von Drift.de ab nächstem Jahr, da werden wir auch ein bisschen mehr zusammen machen und werden da sicherlich auch wieder unsere Schnittstellen und Schnittmengen finden. Und ihr wisst ja, dass ich immer mal wieder gerne auch so ein bisschen representing myself und das werden wir in dem Video dann auch in dem Stream einfach tun, so ein bisschen erzählen, was geht, was geht nicht und warum ist es gegangen und wie geil ist es und wie geil ist es vielleicht nicht. Das ist so ein Anliegen von mir oder ein Thema, wo ich gern drüber sprechen würde. Und dann ist natürlich auch so, ich habe unheimlich viele Klartextthemen, Street Talks, sonstiges im Kopf, wo es natürlich auch keinen Sinn macht, alleine drüber zu quatschen, wo ich mir dann überlegt habe, wenn nicht bei einem Non-Stop 24 Stunden Livestream, wann dann? Und gerade in Bezug auf Tuning, die Szene und verschiedene Themen der Szene, mit wem könnte ich es besser machen, wie mit einem Veranstalterkollegen, wie jetzt den Daniel, weil ich habe ja mein Veranstalterleben oder die Karriere an den Nagel gehängt, aber er ist halt noch voll aktiv drin und ich denke, wir können uns da wunderprächtig austauschen und euch viele Informationen geben und auch gerne Fragen beantworten. Also postet einfach auch unter das Video, was sind so eure Fragen, die wir beantworten können, Themen, die wir gemeinsam für euch, mit euch diskutieren können und alles weitere 5. Dezember ab 19 Uhr, der Non-Stop Livestream. Ich bin raus, peace out.